Ihr müsst ihn mit dem Banner stehen lassen, oder ihr müsst ihn abmachen, eins von beiden, weil die würden sie nicht zusammenstellen. Der war letztes Mal schon eine Ball kaputt gegangen. Ihr könnt ihn auch abmachen, wenn ihr den Banner habt. Dann lassen Sie die Becher stehen, ok? So, dann können Sie die Becher stehen. So, dann können Sie die Becher stehen. So, dann können Sie die Becher stehen. So, dann können Sie die Becher stehen.